Vorsicht im Straßenverkehr Es knallte sich immer mehr auf und trat auf das Gaspedal. Der Vater wollte überholen, passte aber nicht genau auf und rammte ein anderes Auto. Es knallte und das Auto überschlug sich zweimal. Ja, man sieht den Vater im Krankenbett liegen. Der Arzt kommt herein und der Vater fragte, Wie geht es meiner Frau? Der Arzt sagte, Sie haben leichte Verletzungen. Sie hätten einfach nicht zu schnell fahren dürfen. Dann kam seine Familie und der Vater entschuldigte sich. Thorsten Dennis Fülle Fülle Fülle